Wie viele von euch trainieren ihre Arme einfach so am Ende ihres Trainings, bisschen planlos pumpen? Da könnt ihr mehr draus machen, Leute. Da könnt ihr mehr rausholen. Das Ganze kann man sinnvoller gestalten. Deswegen ist es Zeit, ein Format, das wir schon länger nicht mehr hatten, zurückzubringen. Und zwar Schüßler, smarte Supersets. Heute geht es um den Bizeps. Die erste Übung, die ihr macht, sind Spider Curls. Da trainiert ihr den Bizeps in einer kurzen Position, in Schulterflexion. Lasst die Arme hier einfach hängen, atmet ein. Und mit der Ausatmung curlt ihr das Gewicht hier nach oben. Acht bis zwölf Wiederholungen. Und dann geht es direkt zur nächsten Variante. Dann macht ihr direkt Inclank Curls am Kabelzug. Ihr braucht keinen Kaiser, ihr könnt noch einen normalen Kabelzug nehmen. Sitzt euch auf einer Schrägbank, damit eure Schulter nach hinten gestreckt ist. Und ihr trainiert den Bizeps in seiner langen Position. Auch da, acht bis zwölf, bis 15 Wiederholungen. Und dann macht ihr das Ganze nochmal und dann nochmal. Und habt euer Armtraining smarter gestaltet. Bis zum nächsten Mal bei Schüssel aus smarten Supersets.